hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge ja wie ihr seht hier mein auto ist schon ein wenig demoliert bis ich hier angekommen bin aber das soll uns jetzt nicht weiter stören denn wir machen jetzt eine schöne tour auf dem mount chilead so muss mir die pink und kevin sei was sind dabei so dann markieren wir uns jetzt erst mal dem mount chilead ganz oben damit wir auch die gleiche strecke fahren so und da geht es schon los habt ihr so langsam mit motorrädern was los hier nein er überründet mich schon ja die tour auf dem mount chilead habe ich damals regelmäßig immer gemacht jede woche sonntag passt ja von daher und ich war ewigkeiten nicht mehr auf dem mount chilead echt leute ewigkeiten nicht mehr nein der erste unfall ist da gewesen kommt kommt ey kevin warte mal auf uns ja ich habe auch so geile american habt ihr euch nicht die mount chilead oben etwa markiert wir folgen jetzt einfach einmal das mini pink hallo ich bin letzter meine kleidung ist nicht gerade motorrad tauglich das ist auch fast ausgebrochen hilfe uh ist wird eng ja miss mini pink ich bin bei dir wie schön wenn alle gleich stelle sind ja damals die fahrten mit der fachio die war auch lustig die hat sich echt da hoch gequält bis zum letzten aber sie hat es geschafft los weiter wo ist denn der andere der eben noch da war ist der weg ach der ist schon da oder was da bevorzuge ich doch durch sandyshaws den weg ein wenig kevin hier rein hier geht's lang ab durch die pampa hier sind fußgänger müssen aufpassen und wanderer ja wo sind wir wohl hier immer den berg na ja fall bloß nicht da runter da müssen wir schon wieder warten hier auf den nachzügler da hinten her warten wir warten wir noch da kommt der kevin auch noch da weiter geht's kommt noch einer ne der kommt nicht hinterher oder ne der ist doch gar nicht da mehr der andere der hinterher kommt der oh nein falschen weg oh gott fast runtergeflogen wenn du hier runter fliegst dann bist du aber am heftigsten ist das immer noch direkt auf dem mount shillard wenn du da runter fliegst weil da bist du dann echt aufgeschmissen da kommst du auch nicht mehr die klippen hoch na gut mit dem motorrad vielleicht aber mit dem auto auf jeden fall ne oder mit dem fahrrad ach jetzt sind wir endlich auf den herkömmlichen weg oh nein und gleich haben sie zwei todesopfer schon gefordert die heftige mancheiatur das dauert ja tage bis wir oben sind hallo 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 das wenigstens kommst du auch noch aus dem busch nein hat sich das motorrad verkeilt hat sich das motorrad verkeilt oh nein doch ja sie hat es geschafft so weiter geht's oh 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 ha ha nein wer es da oben ist Hilfe das geht immer schief wenn ich so schnell fahr das geht das geht nicht um was dass es nicht so schnell ist und Falscher Weg Doch hier lang Oh nein Aber wir haben schon eine ganz schöne Steckerkicke geschafft Gott Wenn du hier rechts runter oder links runter fällst, dann bist du echt arm dran Dann darfst du wieder ganz hoch Von daher fahren wir hier bedacht und vorsichtig Nein ganz schön tückische ecken gibt es hier ja ich kann die spitze sehen oh Gott oh nein die hat sich verschrocken oh nein gleich so wird da gleich mal einfach ein Wanderer umgerast ja wir haben es geschafft wir sind oben oh ob wir das auch noch schaffen was für ein Panorama was für ein Panorama selbst für das für den Blick den man von hier oben aus hat lohnt es sich immer wieder eine Tour zum Mount Chili hier zu machen irgendwie so nein schaff ich es diesmal nein der erste ist auch schon runter gefallen das ist etwa dein Motorrad da runtergestürzt ich krieg ich will das auch mal machen oh 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 ich habe es geschafft ich habe es geschafft ein glück da weg mit dem zeug da vom kopf das ist noch von den amerikan day weg da wo bleibst du da ist miss mini pig was für eine freude ja meine freunde das war eine neue folge gta online und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt let's play gta online mit steining hb